Die Welt der Menschen, sie erlischt. Mittelerde Mordor Schatten bietet Herr der Ringe und Hobbit-Fans, aber auch Neueinsteigern, jede Menge Action und Abenteuer. Ganz und gar nicht neu dagegen ist der altbekannte Feind Sauron, der eine allgegenwärtige Bedrohung für ganz Mittelerde darstellt. Diesmal hat er die Familie des Weitläufers Talion ausgelöscht, dessen Rolle ihr einnehmt. Auch er starb unter der Hand Saurons, konnte aber durch einen alten Geist wiederbelebt werden. Während ihr euch an eurem Feindrecht und spannende Kämpfe erlebt, dürft ihr in einem Open-World-Setting die Gegend erkunden. Im Steam Summer Sale könnt ihr Mittelerde Mordor Schatten als Game of the Year Edition um satte 80% reduziert erwerben. Bis zum 5. Juli zahlt ihr dann statt 19,99 Euro nur 3,99 Euro. Die Zeit wird nicht länger gezügelt bleiben.